Ja, das ist gut. Da war da kein Heiltrank drin, da unten ist nichts leer. Ja, aber irgendwie muss man da was machen können mit den Knüpfen da. Ja, vielleicht wenn man alle neun gleichzeitig anschießt. Mal auch rausprobieren. Wir können hier schon mal, ich brauch ne Kiste kaputt mit ner Eisenschaufel drin, war. Schau, eine Sekunde später wieder hin, ist da wieder ne Kiste mit ner Eisenschaufel. Ei, Steinschleiter, wollt ihr mich verarschen? Jetzt kannst du mir wirklich eins abgeben, Jonas. Ja, hier liegt noch eins. Ich hab auch kein Holzschwert mehr. Aber fast kaputt. Dann alle fast kaputt. Eine Kakte. Pfeile. Okay, Kon, soll ich das mal probieren da unten mit den Knöpfen? Ja, haben wir doch schon. Ja, aber wir haben noch einen angeschaut, was soll man alle neun gleichzeitig anschießen? Ja, hast du die Pfeile oder was? Ich hab... Weißtex Pfeile. Wat, was ist die hier? Ich krieg ja andauernd Pfeile an Stabbrantagen. Argus, wie schiebt man? Du kannst aber nicht gleichzeitig alle drei treffen. Geht auch gar nicht. Warte her, lass mich mal probieren. Problem ist... Problem ist, wie ich die mittleren aktiviere. Das Haus, das, der Raum hat hier irgendwie ein... Na hier von der Seite vielleicht so. Wenn du an dem Zaun vorbeischaust. Oder wenn du hier unten drin bist und dann vorbeischaust, geht es nicht. Das geht nicht. Aber ich muss so einen hier... Oh. Voll Fickschotten, Alter. Ah, der hat was geklackt. Wie hat was geklackt? Also wirklich alle aktivieren. Das Geräusch und den Knopf aktiviert wird. Normal, Jonas. Immer noch nicht. Du hast immer noch nicht getroffen. Den hast du getroffen? Ich glaub, den auch nicht, oder? Doch, der hat es geklappt. Der hat es. Ich werde, wir sterben gleich. Hammer. Oh, das wird. Wow. Oh, geil. Das legt mich im Arsch. Das sagst du mir eben da ans Deck Pfeiler rein investiert. Oh mein Gott. Die Wette, die meinen, die Entwickler extra gemacht, damit alle Leute ihre Pfeile verschießen. Voll jetzt voll. Von denen bestimmt. Ja, dann kannst du mich eigentlich mittlerweile heilen. Achso, ja. Bestimmt. Mit Rosenrot, bitte. Wie war das? Ja, drückt drauf. Warum nicht? Und jetzt so? Und jetzt wieder. Juhu. Werte, deine Liebe. Gibst du auch auf, Hupon? Um eine Runde geht noch, sagst du. Aber Jonas, ey, weißt du, dann wirst du zugeflamen von den Zuschauern. Ja, ich weiß, aber wir müssen auch verstehen, dass man ohne Vantage hier überhaupt nicht weit kommt. Wenn wir Leo gar nicht auf den Sack kriegen darf, was wäre denn das dann? Ich brauche mal Wasser irgendwie für meine zweite Wasserflasche. Ja, genau, komm ruhig hier rein, ich weiß, Zombie. Ja, ja. Zieh mir zweieinhalb Leben ab. Eben, das meine ich. Deswegen eine Vantage. Ich brauche auch noch nicht. Ich brauche noch zwei Kalkarbon hier drin. Ich brauche noch zwei Kalkarbon hier drin. Das war mir noch ein Leberkarpon, das liegt ja noch in dem Turm, wenn du willst. Ja, aber ich habe gehört, kann ich operieren. Dann liegt er drin. Dann liegt er noch ein Kalkarbon hier drin. Das ganze Kalkarbon hier drin. Ich brauche noch zwei Melonen. Ja, ich brauche noch zwei Melonen. Ja, dann wird er wieder aufgenommen. Oh, Leo. Ich habe etwas für dich. Ich bin eigentlich verarschen. Wo bist du? Ich bin mit einem anderen Turm. Nein, mein Ende ist auch etwas. ja, ist wieder dabei ja, warte ja, jetzt hab ich dir nichts für das Kapitän hier aufgenommen oh cool, ne Kattenhose aber es kann nicht sein, dass es hier keine Kattenbandagen gibt Leo, hier kannst du Wasser tanken du bist eh ewig weit weg ne, ich hab den Kessel hier entleert halt, aber du bist mit hingerannt wir werden schon gleich bei der Kirche ist hier den zweiten Spieler übrigens links von dir? das ist wahrscheinlich ich ne, der ist in der Kirche drin der trinkt irgendwas gerade, glaub ich ne Leo über dir ja, ja, ich komm und ich bin ja unter dir, noch im Glück ne da, unter dir da ist er können wir natürlich slayen theoretisch für deine Mandage ja, vielleicht hätte er wirklich eine Blanche so war ziemlich wahrscheinlich ja, wie sieht's in deinem Leben aus ja, wenn er nicht voll wohnt vielleicht, Montee bringt mir jetzt auch rechtlich wenig du hast 18, du hast voll, ja ähm, ich bin fast ich hätte ein Eisenschwert, sollen wir? ne, oder zu zweit gegen ein Eisenschwert, ich weiß nicht ja, das schafft man schon ja, wir werden aber möglich, äh sterben oder meinst du nicht? na, ich frag mal ganz hilflich frag ihn mal, ob er dich heilen kann frag ihn mal, ob er dich heilen kann oder frag, ob er dich heilen kann ja, und das kannst du ja auch machen, das brauch ich ja nicht äh das wird's noch eben weiter suchen vielleicht findet er ja eine oder so ja, aber wenn er sich in gebunden kann man die auch eben abziehen oder nicht? ne, die verschwindet, wenn er die alle testen ja, aber wenn er sich in gebunden kann man die auch einfach abziehen oder nicht? ja, ich denk mir das auch gerade und die unten drinnen? ja, wahrscheinlich da draußen ja, rennbrüchen bandage, bandage nice dann geb ich dir mal meine, hast du noch ne Schere noch? ja, ich hab noch ne Schere ok, dann heim mich mal bitte ja, muss man tausend dann auch endlich mal ne Bandage, meine Güte na, ich muss auch bald aber jetzt weg, ja lass mal nochmal rausgehen aus der Stadt, nicht, dass wir uns hier einloggen nächstes Mal ja, ja in die Richtung, wo wir müssen für den, für den Untergrund Untergrund ist noch, ähm, ein ganzes Stückchen ja, vielleicht die nächste Aufnahme machen ja, ja, aber lass es mal aus der Stadt draus sehr gut, ich bin voll, ich hab Essen, ich hab Heilzeug da hat sich bisher auf jeden Fall gelohnt wir sind schon mal recht gut gekübt jetzt dürfen wir bloß nicht sterben auf dem Weg zum Untergrund oder im Untergrund ja, im Untergrund wärm wahrscheinlich so, muss ich wieder sterben vom, keine Ahnung, ist jetzt egal, wir gehen jetzt nach Hause wir gehen jetzt vom, Nover noch gar nicht da Schau mal, wie die Kirche voll herausraubt aus der Stadt ja, so soll's sein jetzt ist sie weg bei mir ja, ich seh sie nochmal ah, jetzt verschwindet sie ja, stimmt, jetzt ist es warte, dann können wir uns mal kurz auf die kleine Insel stellen, damit ich nochmal Koordinaten anschauen kann woher locken wir uns da drauf aus wie du willst bei mir noch hätte ich jetzt noch wir wenigstens noch bis zum wir müssen das einfach auf den Weg, auf die Route schon mal machen deine frühzeitige Rastern einlegen ich sag mal, einfach die Nacken vom Sundern Observatory und zwar sind die willst du da wieder hin? ja, das liegt genau auf dem Weg oh, das wird aber riskanter Jonas, ne das wird sehr riskanter, da wollen alle hin das haben wir das letzte Mal gefunden da zwei Eisenschwerter, ein verzaubertes, ne 1.980-1.890 ich bin nur, dass wir zum den Sundern Observatory dort sterben wahrscheinlich die CD-1. war nicht einfach sobald sehe ich jetzt der der Knight der gucken ob der zurückgeschrieben hat aber ich glaube jetzt krieg ich auch einen ton glaube ich bin mir nicht sicher jetzt wenn er jetzt noch irgendwann kommt ja ich weiß aber ich habe vergessen zwischendurch aufzugucken blöd wie ich bin sorry dafür schaut jetzt ich hier das video an